Hallo zusammen, das neue Zeug, was ich mir am Samstag bestellt habe, ist heute angekommen und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich kein Unboxing-Video gemacht habe. Der Grund ist, es ist alles schief gelaufen, was nur schief laufen kann. Die Kamerapositionen waren nicht optimal und die Audioaufnahmen waren auch nicht optimal. Deswegen gibt es kein Unboxing-Video, aber dennoch möchte ich euch mal zeigen, was ich da überhaupt bestellt habe. Und zwar hier haben wir zwei Paare von den Sultan Niklas Kyle Signature Sticks. Dann haben wir hier jede Menge Remo-Fälle und zwar einmal die Powerstruck 4 in 8 Zoll, 10 Zoll, 12 Zoll, 14 Zoll, 16 Zoll. Und dann haben wir hier das Powerstruck Pro und darunter befindet sich das Ambassador. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass kein Unboxing-Video gekommen ist. Ich habe mir auch wirklich, wirklich Mühe gegeben. Aber als ich dann die Dateien verarbeiten wollte, habe ich dann festgestellt, dass einiges schief gelaufen ist. Und ich kann das Ganze jetzt nicht nochmal wiederholen. Deswegen bleibt mir leider nur, dass ich euch hier das Ganze so zeigen muss. Ja, das war's dann. Wir sehen uns dann jetzt in der englischen Version davon. Und danach kommt dann das Trommelstimm-Video dann morgen. Macht es gut. Ciao.